8.8.2023 Manor Kunstpreis 2024 Neue Künstler Künstlerinnen der aufstrebenden Kunstszene in der Schweiz gefördert. Das Jahr 2024 ist wieder ein vielversprechendes Jahr für die Kunst. Die Jury des Manor Kunstpreises haben sechs Künstler Künstlerinnen aus den verschiedensten Bereichen des künstlerischen Schaffens nominiert – Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst, Performance und Installationen, um nur einige zu nennen. Der Preis wird an Matthias Ringenberg alias Preis aus dem Kanton Bern, Matola Wittmer aus Luzern, Zentralschweiz, Johanna Kotlaris aus dem Tessin und Gina Prünzer aus dem Kanton Wartverlin. Die begehrte Auszeichnung ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für zeitgenössische Kunst in der Schweiz. Seit über 40 Jahren wird damit die aufstrebende Kunstszene des Landes unterstützt, indem die geförderten Künstler Künstlerinnen eine Ausstellung, ein Ausstellungskatalog und eine Prämie erhalten. Darüber hinaus erwirbt Manor eines der Werke der Künstler Künstlerinnen. Den ganzen Bericht über Manor Kunstpreis 2024 finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv. Stars in Town Über 50.000 Gäste aus nah und fern genießen auf der Piazza Grande der Deutschschweiz in der charmanten Schaffhauser Altstadt grandiose Konzerte auf verschiedenen Bühnen. Zahlreichen Nebenveranstaltungen, Streetfood und lauschige Bars in einem einzigartigen Ambiente runden das vielseitige Programm ab. Als bezaubernd organisiert, das wohl schönste Festival der Schweiz oder Tarbergs in unvergleichlicher Kulisse lobte die nationale Presse das Musikfestival. Der Eventstandort inmitten der nördlichsten Stadt der Schweiz wird besonders schön in Szene gesetzt. In bunte Farben gehüllt, schaffen die historischen Häuser in der malerischen Altstadt die perfekte Kulisse. Und die über 600 begeisterten Helferinnen und Helfer machen als berufene Gastgeber den Festivalbesuch zum Genusserlebnis rundum. Den ganzen Bericht von Stars in Town finden Sie auf unseren Webseiten aktuellenews.tv und eventkalender.ch. Am 08.08.2023 wurden 156 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 43 Firmen in der Region Zürich, 19 Firmen in der Region Watt und 15 Firmen in der Region Genf. Mehr Informationen über Firmenneugründungen und Firmenlöschungen finden Sie auf unserer Webseite handelsregister.tv. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800-Search. Sie finden uns auf YouTube unter help.tv oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter handelsregister.tv. www.aktuellenews.info.de www.aktuellenews.info